Guten Tag. Sie sind hier wegen dem jährlichen Check-Up. Ja, super, perfekt. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Ja, gut. Dann werde ich zunächst einmal Ihre Daten aufnehmen. Und dann machen wir weiter. Fangen wir erst mit den Daten an. Ihren Namen habe ich. So. Dann bräuchte ich einmal die Krankenversicherungsnummer. Okay. Ja, genau. Perfekt, super. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar haben Sie in den letzten zwölf Monaten Ihre Krankenkasse gewechselt? Ja. Und wo sind Sie dann hingewechselt? Okay. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Super. Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten eine Operation? Nein? Okay. Gut, dann können wir uns die Fragen hier sparen. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten Antibiotika genommen? Ja. Was für eins. Okay. Ja, super. So. Dann war es das auch schon mit den Fragen. Haben Sie Ihre Unterlagen vom letzten Mal dabei? Also das Ergebnis? Okay. Könnte ich mir das vielleicht gerade mal ansehen? Ja. Dankeschön. Okay. Ja, genau. Da hatten wir ja auch einige Dinge überprüft. Super. Aber hier war ja alles normal. Dann hoffen wir, dass das heute auch so wird. Als erstes werde ich mir Ihre Augen betrachten. Da werde ich dann zunächst mit dieser Leuchte hier in Ihre Augen leuchten. und ja, wir dann schauen, ob da alles in Ordnung ist. Oder ob ich irgendwelche Veränderungen zum letzten Mal feststelle. Okay. Bitte erschrecken Sie sich jetzt nicht. Das könnte etwas hell werden. Und wir fangen an. Okay. Ja. Ich halte Ihnen jetzt mal das linke Auge zu und werde ihn dann in das rechte Leuchten. Okay, super. Und jetzt nochmal mit dem anderen Auge. Ja. Okay. Perfekt. Ähm, mit Ihren Augen ist alles normal. Wie beim letzten Mal. Okay. Ähm, da konnte ich jetzt nichts großartiges feststellen. Ähm, ich werde mir das kurz mal notieren. Damit wir das für den Bericht haben. So. Ähm, allgemein waren Sie in den letzten zwölf Monaten oder jetzt in der letzten Zeit krank? Oder haben Sie irgendwelche Symptome? Hm, okay. Eine normale Erkältung. Ja, ich denke, das ist zu dieser Zeit, ähm, ja normal. Das wird sicherlich von allein abklingen. Machen Sie sich da einfach keine großartigen Gedanken. Das wird alles, ähm, von alleine weggehen. Da ist der Körper auf jeden Fall in der Lage zu. Und, ähm, falls es schlimmer werden sollte, dann kommen Sie einfach nochmal wieder. Ja. Dann werde ich, ähm, mit Ihren Ohren weitermachen. Da schaue ich Ihnen auch erst in die Ohren und, ähm, ja, gucke mal, ob da alles in Ordnung ist, ja? Okay, super. Dann gucken wir mal. Ja, hier sieht alles gut aus. Und auf der anderen Seite ist's. Es ist ein wenig dreckig. Haben Sie da irgendwelche Probleme? Hören Sie schlechter? Ja, schon. Okay, ja, das ist gar kein Problem. Ähm, wie gesagt, das ist gar kein Problem. Wir haben da, ähm, so ein Reinigungsspray extra für die Ohren. Das werde ich Ihnen dann dort reinsprühen und, ähm, den Dreck entfernen. Das tut auch gar nicht weh. Da brauchen Sie keine Angst haben. Okay. Jetzt dürfen Sie sich nicht erschrecken. Ja. So, das sollte erst mal genügen. Ich habe hier dann so eine Pinzette. Und wie gesagt, bleiben Sie einfach entspannt. Das wird gar nicht wehtun. Und falls etwas wehtut, dann ähm, sagen Sie Bescheid. Aber eigentlich tut das nicht weh. So. So, ich werde jetzt nochmal mit diesem Pinsel in Ihr Ohr gehen. Auch hier, bitte nicht erschrecken. Geht das? Okay. Wir haben es auch gleich geschafft. So, jetzt, ähm, sprühe ich Ihnen kurz nochmal was davon dort rein. Perfekt. Das haben Sie super gemacht. Und, ähm, ich werde das Ganze jetzt noch trocken machen mit diesen normalen Wattpads. Die kennen Sie ja bestimmt auch. So. 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 Das kommt weg. Und, ähm, jetzt müsst Ihr Ohr wieder... Genau, Sie merken schon. Perfekt. Super. So. So, als letztes wollen wir Ihnen dann noch in den Mund sehen. Also, machen Sie einfach Ihren Mund auf. Ganz weit, soweit Sie können. So. 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 So, jetzt war's auch schon, unser kurze, jährlicher Checkup. Ähm, mit Ihren Ohren müssen Sie mal gucken, ob Sie da nochmal zu einer professionellen Ohrreinigung gehen, aber ich habe das Gröbste jetzt erstmal entfernt und jetzt müsste es vom Hören besser sein. Ja, genau. Überlegen Sie sich das einfach in Ruhe und dann machen Sie einen Termin zur Not bei dem Ohrenarzt. Okay, perfekt. So, dann sind wir auch schon durch für heute. Sie haben das ganz tapfer gemacht und war auch gar nicht schlimm, oder? Super. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Den Bericht, den schicken wir Ihnen zu und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Alles klar. Tschüss.